Hallo ihr Lieben und da sind wir wieder bei einer weiteren Folge von World of Bership. Mit Ende. Ach, ey. Wird immer besser. So, die Huthott. Ab ins Gefecht. Totale Begeisterung. Ja, ne? Ja, neun. Gleiche Karte nochmal, ey. Ja. Naja, dann wissen wir ja nicht, da wissen wir wenigstens, dass wir nicht rechts lang fahren bleiben, sondern links. Wir sind ja auch links hier gerade. Passt doch. Hm. Na, mal sehen. Ich bin gespannt. Ich glaub mit der... Werde ich schon mal mit der eine Runde gefahren, Dende? Dende? Bin ich? Nö. Noch niemals nie? Nö, nö, nö. Ich hab jetzt nämlich nicht drauf geachtet, ob ich da schon ein paar Sternchen habe. Ich bin mit der noch nie, 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 niemals nie... Glaub noch so gar nicht. Komplett nie. Echt nicht? Ja, echt nicht. Gar nicht? Ja. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, was ist das denn? Treiben Sie mit den Sekundärbatteriegeschütz... Bindestens, wie, Watt, 15, was soll ich treffen? Ich drück jetzt nicht, hab unter Stastlistik abzurufen! Macht das weg! Das ist jedes neu, ja. Ja. Oh Gott. Ich hab auf den Schlüsselbereich und zerstört eine L-l-l-l-l. Dann sind wir mit den Sekundärbattern mindestens 15-mal gegen die Schiffe... Was ist das denn? Was? Eva? Ich bin überfordert, ich fahr, ich mach Rand-rand Surfen. Tschüss. Warum? Tschüss! Was? Alle gehen nach A, was soll'n das? Warum? Und warum hab ich hier extra Aufträge? Hattest du die auch? Ja, Teamauftrag seh ich hier. Warum? Weiß nicht. Musstest du auf Tab drücken? Ja. Warum? Ich weiß es nicht. Ich werde jetzt schön darauf achten, dass du immer vor mir bist. Soll ich reinfahren und gleich verrecken oder was? Ja. Machst du das? Klar, okay, bei mir. Dann drehe ich um und fahre auch nach... Ähm... Ah. Ihr Lieben, nicht vergessen! Viel trinken bei der Hitze! Ich bin entdeckt! Entdeckte! Wieso das bleiben? Weiß ich auch nicht! Wieso bin ich entdeckt und der... Äh... Ah... Ich schieße und der Zerstörer geht auch. Ja, ich schieße und der Zerstörer geht auch. Ja, ich schieße und der Zerstörer geht auch. Nee? Hä, was? Ich habe Beschuss, glaube ich. Achso. Das sind sowieso zu viele. Da kann man gar nicht vorhauen. Ja, genau. Ja, na klar. Da sitzt schon wieder ein Kreuz an einer bestimmten Stelle. Hier ist es. Ich dreh ab. Und ich habe eine Zita gefressen. Ich dreh sowas von ab. Hauste. Fängt an nichts hier. Ich will mit der Hut überleben! Ich habe wohl was getroffen. Oh, da nach rein. Achtung! Meldet Sie Position! Bisschen arg viele wieder. Ja. Vielleicht nicht sein. Nö. Und äh... Ich fühle mich gerade auch so als Zielscheibe. Habe ich keinen Bock. Ich bin gerade Zielscheibe. Jaja, jetzt du. Gott sei Dank. Ich kann doch vom Weiten schießen. Ja, und treffen. Und betroffen. Schön. Danke. Aber ne. Was gehen denn die jetzt drüber? Er geht wo rüber? Kugel Achso Du traf Ich weiß es nicht Ich sollte mich mal heilen Ihr Lieben sagt es mir doch Bleib so stehen Danke So viele Mumpeln haben wir getroffen 1140 Schaden Es sah gut aus Die bleiben da einfach nur stehen und schießen Und es ist kaputt Weiß nicht Ich glaube ich fahre durch die Mitte Gegnerischen Zerstörer entdeckt Durch die Mitte Gegnerischen Kreuzer entdeckt Ich glaube ich bin Auch als Profi, ihr Lieben, muss man sich auch mal verpissen können. Sorry, ich weiß nicht, den Text wollte ich, ich wollte hier losgehen. Ich musste. Ja, okay, ich meine, ist ja richtig. Als Profi, ey. Jetzt sieht man hier. Alter, ich hab getroffen und da war nix. Ich schieße jetzt mit HE. Ich schieße jetzt nur mit HE. HE. Wie fliegen meine Kugeln so merkwürdig? Weiß nicht. Was hast du mit deinem Mobil? Boah, das hat seinen Ernst. Der weicht bei den Murmeln aus. Das ist hart. Kam von Herzen. Wirklich. Wie dreht er jetzt? Oh, schade. Er dreht ja schon viel da hinten. Ich sollte Coop fahren. Ja, vernichtet von einem Kreuzer. Ja, vernichtet von einem Kreuzer. Peinlich. Hattig, Hohenstattest du genaut. Und? Nix machen. Was, das hat meine Murmeln? Luftballons? Treibe ich die jetzt? Ja, also ziemlich. Hm, okay. Meine Murmeln. Oh, glaub ich hab ihn eingelebt. Ja, ne, die fliegen richtig komisch. Fährt jetzt echt krass in die Mitte? Was ist das? Kotz. Hier. Einfach so, weiß ich. Klugabwehrmannschaften in voller Alarmbereitschaft. Ich zieh den da. Au. Boah, dreh doch nie. Ach, Türme. Was braucht ihr denn jetzt auch immer so lange? Oh. Ja, nicht rumblinkern, aufdecken. Damit man drauf schießen kann. Steh ich nicht dran. Ich glaub's nicht. Was ist da nie wahr? Ja. Ich müsste dich am besten irgendwie umdrehen. Wird's doch kommen. Hä? Das ist doch nicht wahr, ey. Das ist doch nicht wahr. Oh ja. Sag mal, wo fahr ich denn lang? Ich fahr lieber da. Zu den Leutchen hin. Das kann eine Stunde dauern. Alle Stationen, Feuer auf das Ziel konzentriere. Komm schon. Oh, nun fahr doch bitte vor. Ey, ich glaub, ich weiß auch nicht. Ah, jetzt. Ah, da verpiedelt er sich. Unser Sieg ist in Sicht. Ich fahr durch die Mitte. Also nicht die Mitte, denn. Nicht die. Okay. Schon klar. Kommst du zurück, getuckelt? Apropos. Komm mal, wir erreichen sogar einen Teamauftrag. Kriegen wir vielleicht sogar 1.000 Punkte hier? Was tun wir? Ich mein, das kriegt man... Äh, was sollte ich machen? Ich sollte doch irgendein Schiff raushauen. Oder 15 Mal irgendwas treffen. Die Alabama. Dreh die jetzt ernsthaft. Ich. Okay. Okay. Hm. Bren. Pff. Ey. Ich verstehe da gerade nicht. Was denn? Ja, danke schön. Ja, danke schön. Vielleicht offen ich die... Oh, ja, Irene. Also noch eine capabilitieschecke. Nein, nein, nein. Nee, nee, nee. Nicht Beschuss. Echt? Du? Hör doch mal auf, von der Seite zu schießen. Das wollte ich. Nein! Au! Wollt ihr mich verarschen? Echt jetzt? Wird der mal weniger mit den Punkten. Oh, hab ich nicht erreicht. Es ist deprimierend. Oh, das ist noch deprimierender. Räuft grad nicht so, ne? Nee. Was braucht sie? Was? Oho. Hast du auch das Angebot? Kannst du erst das Team wechseln. Hä? Kann jetzt rüber. Was kriegst du denn für Sachen? Ich hab schon gesagt, ich mach bei den... Ähm. Was ich für Sachen kriege? Keine Ahnung, ich mach doch nichts. Ich hab jetzt hier... Dings hier. Lolle, Lied, Dett. Und so. Hä? Äh. Ja. Wo denn? Wie denn? Wo siehst du das? Na, es wurde mir angeboten, dass ich jetzt wechseln kann. Äh, wechseln, da hätte ich jetzt einen Container gekriegt. Oder... ...bleiben und zwei... ...Lonalitäts-Punkte... ...bekommen. Toll, ey. So, äh... Ihr Lieben, Alabama haben wir durch. Architekt haben wir durch. Und die... Hut. Hot. Hut. Howdy. Pff. Ha-ha-ha. Ähm. Jetzt geht's wieder... Ja, ich muss die unbedingt leveln. Die guten. Äh, ich will zweite Reihe haben. Damit warten wir noch. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen und bis zur nächsten Folge. Tschü-tschü! Oh.